Musik Ah, endlich Feierabend! So, mal schauen, was so schönes im Fernsehen kommt. Ui, ein Osterfilm, das passt sehr gut. Mama, was schaust du? Darf ich mitschauen? Ja, Pia, komm doch her. Es kommt gerade ein Osterfilm. Lea, es kommt ein Osterfilm. Guckst du mit? Juhu! Musik Oh, ist das heute langweilig. Oh, es gibt neue Eier. Luis, Luis, kommst du? Ja, ich bin schon da. So, Großvater? Ja, ich habe neue Eier. Oh, super, Dankeschön. So, du kannst Sarah mal sagen, sie kann schon die Kutsche anspannen. Okay, das mache ich. Sarah, du sollst die Kutsche anspannen. Alles klar, mache ich. So, äh, Max, kannst du mir mal beim Abwiegen helfen? Ja, klar. So, bist eine ganz brave. So, ich gebe dir jetzt erst mal Möhren. Mh, meine Süße. Sarah, komm, bitte beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, Entschuldigung. So, Großvater, ich bin fertig. Das ging ja jetzt aber doch schnell. Super. So, noch Schokohasen einpacken. Opa, wir fahren jetzt los. Ja, ich komme noch raus, um Tschüss zu sagen. So, passt gut auf euch auf, okay? Und lasst euch nicht blicken. Ja, wir passen schon auf, versprochen. Tschüss. So, erst mal was trinken. Boss, Boss, es hat funktioniert. Er trinkt. Oh, ist mir gerade schwindelig. Ui, 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 ui. Bäm, es hat funktioniert. Wir sind so gut dieses Jahr. Kein Ostern. Haha. Oh nein, was ist denn mit dem Osterhasen passiert? Hört ihr das auch? Der Osterhase pfeift gar nicht mehr. Hm, da hast du recht. Ich schau mal nach, ich wollte gerade eh raus. Ich komme mit. Was ist denn hier passiert? Hallo, Großvater? Er atmet ganz leicht. Wir brauchen unbedingt einen Arzt. Okay, halt dich an den Plan. Wir ziehen das jetzt durch. Hallo, hier ist Tierarzt. Aha, 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 ja. Nee, 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 den müssen wir mitnehmen. Ganz eindeutig. Oh man, okay. Ha, es hat funktioniert. Und jetzt ab nach Hause. Irgendwie waren die schon komisch. Die haben sich ihn gar nicht angeschaut, sondern ihn gleich mitgenommen. Meinst du, sie haben ihn entführt? Oh weh. Oh, Herr Hahn, komm schnell. Was ist denn los? Ist denn alles okay mit dem Großvater? Nein, eben nicht. Er wurde gerade entführt. Wir müssen hinterher. Oh nein, aber wir sind gar nicht so schnell wie die. Okay, ich hole unser Reh. Hallo, braucht ihr Hilfe? Ja, der Großvater wurde gerade entführt und ich... Alles klar, wir reiten sofort los. Oh man, hoffentlich geht alles gut. Haha, so. Wir warten, bis er aufgewacht ist, schlachten ihn und dann gibt es saftiges Hasenfleisch zu Ostern. Oh, wir sind so gut. Oh nein, sie wollen ihn schlachten. Wir müssen da jetzt reinplatzen, uns bleibt keine andere Wahl. Oh, mein Kopf tut weh. Wo sind wir hier? Wo bin ich? Herr Osterhase, sie befinden sich gerade nirgendwo. Herzlichen Glückwunsch. Nein, befindet er sich nicht, weil wir... Wir... Was soll ich sagen? Oh weh. Oh, Hilfe, was seid ihr denn? Ich... Er kommt nicht weg. Wirklich nicht. Ja, er kommt nicht weg. Ostern findet dieses Jahr statt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Los, lass uns abhauen, lass uns schnell gehen. Juhu, die Doofen haben wir jetzt weggescheucht. Die haben's verdient. Und ich danke euch vielmals. Wir haben dich lieb, Großvater. Ja, und du kannst am besten die Eier bemalen. Ich hab euch auch lieb. Ich hab euch alle lieb. Dankeschön. Das war ja ein irgendwie lustiger Film. Ja, zum Glück findet Ostern dieses Jahr statt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir wünschen euch auch nochmal frohe Ostern. Ich hoffe, ihr werdet auch reichlich beschenkt, so mit Eiern und Schokolade und alles drum und dran. Und wir würden uns natürlich auch über Likes und Kommentare wieder freuen. Und ja, ich hab auch noch ein paar Bilder gemacht in der Location, weil ich die irgendwie total cool fand. Und ja, ich mag den Osterfilm sehr, weil der einfach so... Vor allem die Hühnergang, die find ich cool. Genau, also ich hoffe, euch hat's auch gefallen und bis zum nächsten Mal. Dann nach Ostern. Tschüss!